wow diesmal war ich sogar besser als stormcrow theoretisch ja gut mehr assists aber öfter gestorben ne besser war ich nicht bin weniger gestorben hab aber nur einen kill weniger naja was wer hat was ist er denn schon wieder hin ist er schon wieder in einen anderen raum ja Ja, na gut, 200 Schuss und das bei einem 30er Magazin. Der Spiel macht es im ersten Spiel, was? Irgendwas mit Cheaten, 1,1er KD, kann man schon mal als Cheaten betrachten. So, wollen wir mal sehen, kein Platz, man kann es ja nur versuchen. Raum 8, wo ist denn hier nach Nummern? Warum nicht, dann steige ich hier ein. 10 zu 40, dann wären wir 4 Leute, 2 gegen 2. Mission Objective, eliminate all enemy units. Oder 2 gegen 1. Okay, da ist der Kollege, dann kann ich weiter rennen, bis ich bei ihm bin. Hat ein Arsch. Was machen die da eigentlich? Versuchen die sich jetzt hier gegenseitig mit Messern zu erwischen oder so? Kann ich eigentlich auch. Der war schon halt nicht schlecht. Was versuchen die hier eigentlich? Wow, aber das ist jetzt hier ein reines, gleichklassiges Spiel. Warum auch immer der da oben noch da ist. Das ist so klar, wenn die sich absprechen, dass die sich gegenseitig nicht wegknallen. Wo soll das denn hinführen? Nicht schlecht. Cherry tape. Das ist ähnlich wie ich habe, nur mit viel mehr Seen. Verdammt. Was hat das denn? Ich hab nur mit viel mehr Zoom. Ich hab auch noch alles gegratet. Ich hab noch ein Mal mit viel zu sehen. Ich habe noch eine Planung. Ich hab noch etwas mehr Eركens. Wir werden jetzt. Wir haben noch etwas mehr Eich. Ich hab noch mehr zu sehen. Wollt ihrzebend. Drei debtoratm. Ich hab noch keine Frage, wir sind zu sehen. Okay. Da kommt gerade gar nichts mehr, aber es sind immer noch drei Gegner da. Den hatte ich jetzt auch gesehen. Nee. Wie kann ich den denn verfehlen? Sehr schön. Bleib ich mal bei dem einen Ausgang. Den kann ich noch überwachen. Das lauft. Ich habe mich erst mal voll auf den Falschen geschossen. Hm. Smoke rückzugsichern. Da nachladen. Alter Schwede. Glück gehabt, dass da... Da habe ich jetzt wirklich mal Glück gehabt. Also übler geht es ja doch nicht mehr. Dass ich die ja gerade alle erwische. Da geht aber die Munition aus, wenn das so weitergeht. Hm. Geht echt nach vorne. Dann lade ich nochmal nach. Hm. Okay. Den hätte ich jetzt als nächstes erschossen, wenn da nichts draus geworden wäre. Er hat halt nur die Peilung gebraucht. Man down. Okay. Du den Eingang. Ich den Eingang. Dann kann ja nichts mehr passieren. Theoretisch. Hahahaha. Bis auf, dass ich mein Magazin am Ende leer schießen werde. Wenn das so weitergeht. Ah. Als Sniper hat man es schon halt einfach, ne? Hm. 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 Tut mich nicht. Ich habe auch keine Granaten mehr. Jetzt habe ich geschlafen. Da habe ich jetzt tatsächlich mal richtig geschlafen. Oh, verdammt 9-1-5 Die anderen sind noch besser Don't stop Trapping Idiotfuckers, was? Fallenstellen? Was meinst du denn mit Trapping? Kenn ich gar nicht So als Begriff Rechts und links kommen jetzt welche Das war auf jeden Fall mal Gut für die KD Das so Auszuhauen Ich mein, Google war jetzt auch keine richtige Herausforderung Wenn man es mal ernst nimmt Oder wenn man es mal genau nimmt Ja, es ist einfach So Round Round Oh, 9-9 Da mach ich noch mit Kann man hier noch Kann man hier einladen? Wo war denn das hier? Irgendwo konnte man doch einladen Hm Okay, da kann man den ganzen Chat überblicken Das Macht jetzt aber keinen Sinn So eigentlich Naja, gut Er kann ihm ja folgen Das ist ja nicht das Problem Okay Jetzt Convoy Alles klar Alles klar Äh Gehe ich mal als erstes hier rein Da oben Das geht mir eh Auf den Keks Von beiden Seiten Ups Natürlich jetzt Zwei Obwohl ich den einen Fast gehabt hätte Ich glaube ich habe einen gehört gehabt Nein, doch nicht Ich versuche es gar nicht erst Wo sind die denn schon? Muss man mal ein bisschen bereist sein, aber Hier sind auch zwei Leute mehr Das ist ja kein Kunststück Wenn zwei Leute mehr ist, ist es natürlich Boah Hm Wie soll man das denn schaffen? Die haben zwei Leute mehr und Wahrscheinlich auch noch recht gute Waffen Was war das denn? Ah, zwei Stunden gespielt Stimmt Ah Jetzt klick auf einen Freund Ich habe zu Vollkampf Okay Jetzt kommen wir damit an Das geht mir ab Das geht mir ab Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss